Ich weiß, dass aus meiner eigenen Zeit, dass ein Orchester kein Erbarmen kennt. Ich bin schwer verkühlt, mir tut alles weh und ich schwitze schon, wenn ich nur in die Noten schaue. Also, Sie auch. Sehen Sie, ich habe gesagt, ein Orchester kennt kein Erbarmen. Ich werde Ihnen vielleicht, wenn die Lockerheit dazu besteht, keine Erbarmen-Geschichte von diesem Orchester erzählen, wo ich noch selber kein Erbarmen gehabt habe und da gesessen bin. Also, ich bitte Sie, wenn Sie ganz kleine Spuren von Erbarmen trotzdem mobilisieren können. Sie werden ein paar Sachen anders finden, Bizzicati, Bizzicati, Artikulationen, sogar ein paar andere Töne. Das ist ja eigentlich notwendig, dass das einmal gemacht wird. Wir fangen an mit der Obertüre. Nein, vier. Von Strauß eigenhändig hineingeschrieben. Fast gebunden. Und jetzt ein bisschen Schwung auf den Arten. Es ist viel zu laut. Deutlich war. Ein richtig prasselndes Piccato. Das ist viel zu laut. Die, dass die, dass die Abilance k Eckerdine ist, Das ist viel zu laut. Ich bin bei der Obertüre. Vielen Dank.